Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter... Die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und... Na ja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahr. Ich kann's nicht. Ich kann dir den Job nicht machen, okay? Das fällt dir nach neun Jahren Ausbildung ein. Nach neun Jahren! Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Das hast du... Das hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen. Ich hab selbst erst heute erfahren. Ohne mich da nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, dann gehst du... Dann gehst du einfach mal da hin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Jahrhands? Ja